Jeder dritte Patient betroffen Jeder dritte Patient leidet nach einem Schlaganfall an eine Depression, das teilt die deutsche Schlaganfallgesellschaft mit. Eine frühzeitige Behandlung kann die psychische Erkrankung abschwächen oder sogar ganz verhindern. Eine frühzeitige Behandlung der Post-Drog-Depression mit Antidepressiva kann laut der deutschen Schlaganfallgesellschaft, DSG, die psychische Erkrankung abschwächen und sie sogar verhindern. Die Medikamente können dabei helfen, die Psyche zu stabilisieren. Wichtig sei es, Patienten nach einem Schlaganfall auf Depressionen zu untersuchen, so die DSG. Besonders häufig sind Frauen, ältere Menschen und Menschen ohne soziale Unterstützung von der Depression nach einem Schlaganfall betroffen, so Professor Matthias Entrees, Direktor der Klinik für Neurologie an der Berliner Karite. Auch Menschen mit bereits vorhandenen psychischen oder kognitiven Störungen, zum Beispiel mit Problemen bei der Wahrnehmung oder dem Erinnerungsvermögen sind stärker betroffen. Eine Depression ist jedoch nicht nur eine Reaktion auf die Folgen eines Schlaganfalls, wie Lähmungen, Verlust der Sprachfähigkeit und des Sehvermögens. Sie kann auch die direkte Folge eines Schlaganfalls sein. Das erkläre, warum Depressionen nach einem Schlaganfall häufiger seien als bei einer orthopädischen Erkrankung mit vergleichbarem Behinderungsgrad, so die DSG. Medikamente, die Depressionen bei Schlaganfallpatienten lindern, steigern in der Regel die Übertragung von Nervenimpulsen durch den Botenstoff Serotonin. Sie haben den positiven Nebeneffekt, dass sich die Patienten psychisch besser erholen können. Auch die Bewegungsfähigkeit nach einem Schlaganfall kann durch die Behandlung gesteigert werden, so die DSG. Die Themen Felder Cholesterin und Herz-Kreislauf-Gesundheit werden Ihnen in Kooperation mit der Amgen GmbH, Riesstraße 24, 80992 München, präsentiert. Die Amgen GmbH hat keinen Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung, diese liegt ausschließlich bei der Redaktion von t-online.de. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen.